Stranger Things kannst du streamen. Was zum Teufel ist das? Noch Stranger Things. Was war das? Kannst du auf Tele 5 erleben. Es gibt keine Erklärung. Eine große Gestalt direkt hinter mir. Ganz schön strange. Aber wahr. Dieses Haus ist ein Portal zur Hölle. Der unheimlich unheimliche Mittwoch. Beängstigend. Mit unheimlichen Videos und Ghost Adventures. Mittwoch ab 20.15 Uhr auf Tele 5.